Hallo, ich begrüße alle Rapid-Fans. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, das 2009er Jahr wird genauso sportlich, genauso erfolgreicher wie das 2008er Jahr und wir können den Meistertitel erholen. Wir müssen uns die Daumen halten. Wir werden alles geben und wir werden schauen, was dabei rauskommt. Aber ich freue mich schon jetzt auf das neue Jahr und hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, Gesunde für mich und meine Familie und natürlich der Meistertitel für Roten.